Gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Würstchen. Kulinarisch weist die Bäcker Kirmes bei ihrem 475. Jubiläum nichts Besonderes auf. Aber BAKE IS BIG! Das Motto verspricht einiges und kann es auch halten. Zum ersten Mal mit dabei der Burner und der Gladiator. Aber auch die altbekannten Fahrgeschäfte wie der Love Express und Breakdance begeistern die Kirmesbesucher. Die meisten sind dabei nicht zum ersten Mal hier. Wir gehören mittlerweile dazu. Das ist einfach Tradition. Jedes Jahr. Jedes Jahr Tradition muss sein und das Kirmeseis gehört natürlich auch dazu. Doch warum muss es unbedingt die Bäcker Kirmes sein? Wir treffen viele Leute, die wir aus der Umgebung kennen. Eigentlich nur um alte Bäcker wieder zu treffen, oder? Gruppentreffen. Da ist die beste Kirmes hier weit und breit und die beste Kirmes am Niederrhein. Ob es die beste Kirmes am Niederrhein ist, das muss jeder für sich entscheiden. Es ist aber auf jeden Fall die größte. Fünf Tage lang zeigen die Schausteller den rund 250.000 erwarteten Besuchern, was sie zu bieten haben. Vor allem der Gladiator mit 62 Metern Höhe und doppelter Rotation hält groß und klein in Atem. Wer es lieber etwas ruhiger mag, dem bietet seit 2010 erstmalig wieder das Riesenrad einen Blick aus 38 Meter Höhe über die Kirmes. Luis. numero 10 Bis zum nächsten Mal.